ich bin mit 200 234 habe ich drauf ja musst du auch 193 du musst shift mit drücken wenn du runterknallst und die maus nach ganz gut hinziehen shift bei unserer häuser kette landet was er zwei drei auf 4 ich bin so am arsch wieder alter 0 das steht ich krieg schon gleich den ersten hier fest okay abschneiden fahrer hier fest okay das ist eine echt scheiß stelle hier sind zwei tommy guns drin oder zu mir ins haus nur um hier ist alles ja der hat aber gerade selber noch was abgekriegt ja das war ich lebt noch aber es ist am kriech nicht weiß ich ob er verblutet oder über sich das ist mir egal ich holen jetzt nix ob der killmann alter lachse schon dämlicher pinsel den habe ich von von der anderen seite vom haus treffen können ich habe den zu spät gesehen was soll ich machen scheiße ja kurze runde so der dritte weil wir im großen haus ist noch einer ich habe leider nur eine pistol anzukommen der ist bestimmt hinten raus oder sofort auf der rechten seite ist marcel doch was dabei für mich man der ist glaube ich von mir und ist noch was zwei stück hinter dir hinter dir zwei folge einer danke das war mein kill noch einer nice übrigens wenn wir jetzt nach unten gucken da ist die mauer nach amerika meinst du das ist die ja es ist mexiko und es geht nach norden ganz schön ich habe mich gebaut also da kann ich wieder drüber klettern ja wo war moros aber auch wunderschöne landung ich bin beeindruckt mein karte doppeläufige schwarze fände ich bin beeindruckt jetzt sind zwar zwei rucksäcke du glaubt die mann ich habe gerade wir haben bis jetzt alles überlebt dieses wörtchen bis jetzt nicht werden und ich soll nicht fahren und ich soll nicht fahren warum erschießt du mich immer ich habe dich angefangen ich habe so dinge da oben drauf wo steht hi ich bin freund ich nehme an erster hälfte kasten jetzt haben wir sind der letzte ja ich komme noch was ziehe ich mir noch mal ein energy rein ich habe gerade halbwegs gut und ich komme nach ihr könnt schon mal vorfahren ich bin schon alter lachs irgendwie habe ich es heute abgesehen ja irgendwie hast du es heute mit mir hey hier liegt doch ein dreier hin ich werde gleich drauf gehen ich müsste eigentlich den sitz wechseln äh ja will ich ja AHHHHHHHHHHHHHHHHH jetzt ist zum so feierabend Ben du musst beide Ben Erste Hilfekasten nehmen und beide aufheben nee Ben ist auch gleich tot Ja deswegen, erst esse. Dadurch, dass ich jetzt drauf geachtet habe, achtet habe, dass ich gleich drauf gehe, weißt du, hab ich nicht mehr auf die Kante geachtet. Alter, aber wir sind so nicht dran. Wir sind so nicht dran. Ich werd schnappen. Ich krabbel da hin. Und mit mir meckern. Du bist gestorben. Ich schau mal zu. Und ich bin schlechter Fahrer, danke. Dante ganz ehrlich, wir beide scheinen Kommunikationsproblem zu haben. Leute. Irgendwie willst du mich immer umbringen. Aber es ist okay, es ist okay. Es ist voll okay. Ach, da ist er denn gestorben. Ja, ich bin jetzt auch da. Du hast dich endlich getötet. Ich hab mich zwar getötet endlich. Wo ist das also? Ich find das so geil. Erst über mich meckern. Ja, er hat experimentiert, weil ich auf die Anzeige geachtet habe, weißt du? Ich müsste ja noch einen Sunny-Kasten haben bei mir drin. Ah, das steht ins Auto. Den sollte ich ja eigentlich nehmen, glaub ich. Ich hab keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ganz normal einen Erste-Hilfe-Kasten. Wenn's nicht gereicht hätte, erst verbannen und dann Erste-Hilfe. Wer ist denn hier gestorben, Ben? Ja, gar nicht. Ja, da lieg ich. Ich hatte eine Polizeiwesterstube 3. Seid ihr denn? Seid ihr unterm Auto? Ich bin jetzt da oben auf dem Berg weiter. Ich bin da oben auf dem Berg weiter. Erinner dir quasi. Da hat ein Berg hoch, genau. Da oben hast du schon die Kisten gesehen. Ein bisschen hoch, 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 hoch. Bissen recht, äh, links, 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 links. Genau. Ah da, hoch, 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 da. wie gesagt der hintere bin ich da hast du meine polizeiwässer stufe 1 3 und ich bin voll t3 klingt so als ob du das noch nie hattest sehr selten weil ich lieber die straße lang vom motorrad fakt ist die falsche straße und da fragt er noch das ist schlecht wir auch das war der baggie übrigens das eine video was ich geschaut habe da springen die typen mit dem motor mit dem zweisitzer motorrad über die klippe machen den looping bzw und dann kommt da unten einer aus der tür raus und die landen genau auf dem als ob es so geplant wäre, einfach so ein krasser Zufall Lampe kaputt? na super ist ja irgendwie gar nicht ungünstig die stelle, ne? ne ich dachte, da ist keiner ist ja wie auf dem präsentierteller, ey sag ich doch ja so lange ausgehalten und draufgegangen wie ne granate kam granate ich hab's gelogen we are stardust in the universe we are stardust we come and go in time we are go in time i will love you to infinity beyond now i am forever wow wow